Willkommen, dies sind die internationalen Dienste in deutscher Sprache von Radio IBS Independent Broadcasting Service, Liberty. Die Tageslosung für Donnerstag, den 5. Februar 2009. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Jeremiah Kapitel 30 Vers 11 Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und er triff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Matthäus Evangelium Kapitel 14 Vers 29 bis 31. Das war die Tageslosung für Donnerstag, den 5. Februar 2009. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag. Sie hören die internationalen Dienste in deutscher Sprache von Radio IBS, Liberty Independent Broadcasting Service, Liberty, England, United Kingdom. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag. Sie sehen uns beim nächsten Mal.